Waaaaah Someone get Ariane's pills, please I cannot let you go Okay, ladies and gentlemen, willkommen zu diesem neuen Video. Ich bemerke, dass dieses Licht sehr schlecht ist. Ladies and gentlemen, willkommen zu diesem neuen Video. Heute würde es ein quasi- small talk video geben wir haben es gerade 22 24 seit der eigenen ich habe nämlich mit meiner freundin eine wette gemacht und zwar wenn ich es schaffe in zwei wochen 50 abonnenten zu erreichen dann wird sie mir auf jeden fall das neue polutenbuch kauft ich habe jetzt mittlerweile 71 abonnenten und ich habe ich habe geschafft an tag 5 50 abonnenten zu erreichen und hier ein könnt ihr gerne folgen und deswegen auch die liebe amy mit der ich gemacht habe und aufgrund der aktuellen lage kann ich nicht so viele videos mit asuka drehen deswegen wird es auf meinem kanal nur noch also wahrscheinlich geben geben bis die zeit nicht vorbei ist allerdings habe ich schon ein skript vorbereitet ich bin auch so ein vollidio warum zeige ich das in die kamera wenn das alles hier vorbei ist mit neuen personal content auf meinem kanal geben ich würde sagen das war's mit dem video wenn ich das will gefallen lassen wir gehen dann aber da irgendwie machen wir das haben wir sagen